Der heutige Sponsor des Videos ist nämlich Ayaka Tokyo, eine absolut nice Modebrand, die wirklich zu jedem Anime als auch Japan-Fan passt. Auf dem Shop von Ayaka gibt es aktuell einen Restock von all ihren Bestsellern und zusammen mit mir haben wir eine unfassbar geile Aktion für euch geplant. Wie ihr alle wisst, will ich schon sehr lange nach Japan und Ayaka hat mir das Ganze nun ermöglicht, denn ich darf meinen ganz persönlichen Japan-Ark erleben. Aber hier hört es nicht auf, denn Ayaka hat komplett rausgehauen und auch für euch was bereitgestellt. Ihr könnt hier nämlich eine Japan-Reise für euch und eine Bereitperson im Wert von 5000 Euro gewinnen, damit auch du deinen ganz persönlichen Japan-Ark erleben kannst. Und das ist, das klingt einfach geil, seien wir ehrlich. Und was ihr dafür tun müsst, ist wirklich super simpel. Geht auf www.ayaka-tokio.com und sucht euch dabei euer Lieblingspiece aus. Vergesst aber auf gar keinen Fall mit dem Code RUFFY10 zu bestellen, denn dabei bekommt ihr 10% Rabatt. Und alleine damit nehmt ihr auch schon teil. Durch eure Bestellung bekommt ihr nämlich eine Bestellnummer. Und mit dieser Bestellnummer wird per Zufallsgenerator am 30.07. ausgelost, wer die ganze Japan-Reise gewinnen wird. Seiner Hacker an dieser Stelle, desto öfter ihr bestellt, desto größer sind auch die Gewinnschocks. Das Ganze wird dabei natürlich öffentlich auf meinem Instagram-Account RUFFY17 ausgelost. Aber keine Sorge, der Gewinner wird auch über E-Mail benachrichtigt. Also ihr werdet auf jeden Fall das Ganze mitbekommen, wenn ihr eben mitmacht. Leute, das Ganze ist eine absolut geile Aktion. Ich freue mich unglaublich darauf und ich wünsche wirklich jedem viel Spaß und Glück beim Mitmachen, als auch beim Shoppen bei eben Ayaka. Ihr habt mich schon oft mit den Klamotten von Ayaka gesehen. Ich stehe einfach hinter den Boys und diese Aktion ist einfach nur nice. Also Leute, macht mit und wir machen weiter mit dem Video.